Sieht es aus, als wäre da gerade ein Kampf. Wie wäre es, wenn ich mich da mal anschließe? Hm. Das scheint mir ein bisschen komisch. Ja. Sie nannten ihn Skywalker. Und ja. Ich weiß nicht, wie das schon wieder passiert ist, aber es ist passiert und ich finde es irgendwie voll geil. Diese brennende Insel, ich dachte, da kann man eigentlich irgendwie hinfliegen, aber nee, da ist nichts. Je näher daran kommst, desto mehr sieht man, dass das irgendwie nicht geht. Und ja. Keine Ahnung. Ich kann fliegen. Ich kann nichts anderes machen. Übrigens, ich kann mich angreifen oder irgendwie, ich kann mich nicht heilen. Ich kann gar nichts, keine Emotes machen. Ich gehe mal da runter und helft den. Leute, keine Sorge. Oh ja, der Erlöser kommt. Ich frage mich, wie es aus deren Perspektive aussieht. Was geht? Na, geht's euch allen gut? Die Probleme mit dem Kampf euch helfen. Aber ihr habt den geschafft. Gut, dann kann ich ja wieder gehen. Mein Planet braucht mich. Tschüss. Uuuuh. Uuuuh. Na? Ding. dann niemand nicht mal an der normal aus sieht das etwa normal aus das geht immer raus ich ja da und lässt leute ich glaube ihr müsst also so ein bisschen batia hexen ich glaube ich muss ja rausgehen sonst geht das irgendwie nicht und ja ich drücke gerade nichts was wir eigentlich wenn ich herunterfall nicht dann irgendwie wenn ich dann irgendwie befreit von diesen und dieser folter gehen wir kurz ne tschüss hat spaß gemacht leute aber jetzt muss ich gehen wenn es überhaupt geht ich war einfach ganz normal runter okay wird gefixt schade alles klar gut wir sehen uns